Also so ein Stückchen hoch, Wagen quasi, also wie Blocklitschen bei S.G. zum Beispiel. Erklär doch gerade eins, ob du mal willst. Stimmt, das darf ich irgendwie lassen. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Hide and Seek auf meinem Kanal. Und das ist heute eine ganz besondere Runde, denn wir haben erstmal einen Gast dabei. Und wer ist das nur? Hallo Melli. Hallo. Hallo. Hallo Melli, der PvP-Bubble. Oder schaffe ich tatsächlich tausend Wins endlich nach einem Monat Arbeit. Und der fragt mich gerade, wann der Flashmob kommt. Das weiß ich nicht. Warum tötest du mich nicht? Ich will sterben. Töte mich. Töte mich. Mach doch was. Ich lasse mich übrigens gerade killen, weil wir auf dem App suchen wollen, weil es schneller geht. Du bist in der Pro. Das ist auch cooler, ja. 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 Töte mich nicht mehr so glitschen. Genau. Komm einfach auf den Balkon und kill mich dann. Okay. Also, Melli passt gerade auf. Das ist keiner Glitch, weil man kann irgendwie voll einfach glitschen seit der 1.7 und deswegen muss man das natürlich verhindern, weil das ziemlich leicht ist und ich habe keinen Plan, wo der Balkon ist, glaube ich. Es gibt so viele. Redstone Block, stirb. Ich gehe einfach. Ich gehe einfach. Ich gehe von der Etage. Ich bin oben. Ich gehe jetzt erst nach oben. Ja, ich habe schon zwei Kills. Ich bin mega der Barber. Ja, guck mal, da ist der Fanboy. Der Fanboy kippe ich gerade. Ja, ja. Hallo. Hallo. Okay, ist hier jemand? Hier ist die Tür offen. Ähm, ne. Ich kenne die Map nicht so mega gut, also. Melli ist ja hier der Pro. Und so. Also, du bist aber dann gehe ich ohne. Hm. Ja. Was können wir reden? Wir können darüber reden, dass du süchtig bist und 6000 Wins hast. Was? Wir können darüber reden, dass ich nicht süchtig bin, einfach nur gut bin. Wie was sagen wir? Okay. Nein, sie ist süchtig, also. Mega süchtig. 24,7. Nur hide and seek ist echt schlimm. Aber, aber, ne. Doch. Ach, hier, mein OP-Spot, da ist niemand. Also, normalerweise verstecke ich mich hier vorne, also. Ja, da. Aber das Versteck ist gar nicht so gut, ist mir aufgefallen, als ich gefunden wurde. Von einem möchtegern guten Spieler. Und er entschuldigt sich dafür nicht, das ist okay, dass du mich gekillt hast. Falls du dich auf einem siehst, könnte es sein. Ach, übrigens. Ähm. Es fehlen mir jetzt nur noch 5000 Wins, dann habe ich genauso viele wie mehr. Das habe ich noch. Dieses Wochenende noch. Yay. Ja, ich helfe dir. Ja. Fackschlager. Boistest du mich? Nein, wenn die Kamera nicht läuft, dann glitsche ich mich natürlich auch immer raus und bin dann hier auf dem Hausdach und so. Immer. Selbstverständlich ist das ein Eisenblock, lol. Komm her. Okay, noch ein Kill. Was spielst du als nächstes? Das weiß ich nicht. XD. Ähm. By the way, ich nehme. Au. Yay. Keine Ahnung warum ich das schreib. Nur walerweise antworte ich in Aufnahmen nie. Aber okay. Ähm. Ja. Ja. Also jetzt fehlen noch vier Haider. Ich glaube nicht, dass ich die finde, weil ich mega schlecht im Sieg bin. Ich kenne mich auch kein bisschen eigentlich. Also ein bisschen schon, aber nicht so viel wie Merli. Jetzt werden uns hier sogar die Blöcke angezeigt, das habe ich mir gegönnt. Ähm. Ich bin mal ohne Ferse. Ich soll mal tauschen? Mhm. Okay, jetzt fehlt noch ein Beacon und ein Halsblock. Den finden wir locker noch, oder? Mhm. Also der Halsblock ist nicht irgendeine Cafeteria. Oh, hier ist der Beacon. Stirb. Oh. Okay, habe ich ihn. So jetzt nur noch der Halsblock. Der Leute draußen wollen's. Und ich freue mich grad irgendwie voll so ein Keks darüber. Oh man. Ähm. Keine Ahnung. Kann man sich dann als das Block verstecken? Ähm. Ich weiß nicht. Wenn der jetzt überlebt, das wäre so mega abwack. Das wäre peinlich. Das wäre ziemlich schlecht. Ähm. Das ist alles schwarzes Holz hier. Auch nicht, dass sie sich rausgeglitscht hat. Das wäre so richtig behindert. Ähm. Es könnte sein, dass sie sich obo auf dem Balkon rausgeglitscht hat. Ich kann halt nicht auf C.O. gleichzeitig so neu. Ja, ja. Obo glitscht eigentlich fast nie jemand. Ja. Wir haben gewonnen. Ja. Oh Gott. 1000 Wins. Ich bin so süchtig. Oh, danke. Ähm. Ja. Keine Ahnung. Das war ein bisschen kurz. Wollen wir noch eine Runde spielen? So. Keine Ahnung. Wir kommen auch. Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Und ja. Ich freue mich gar nicht, falls ein Keks über das Wins. Da wirst du nicht dran sein. So Leute. Da sind wir schon wieder in der zweiten Runde. Wir spielen Cruise auf der Map. Kann man auch super gut siegen. Meint Melly. Und deswegen glaube ich einfach mal. Ähm. Wie kann man sich hier vorher umbringen? Also irgendwie. Kann man sich das umbringen, oder? Ähm. Es gibt Reuters in beide Restaurants. Irgendwo die sind. Wo diese. Bist du Redstone War? Okay. Du das kennst. Bist du Redstone War? Es gibt. Ja, ich bin Redstone War. Ähm. Nein, wo ist hingelaufen? Nein, wo ist hingelaufen? Manchmal gibt es aber alles immer. Und jetzt gibt es zum Beispiel. Kennt ihr? Das heißt, wir bleiben einfach am Spawnen. Warte, bis du sie hierherkommt. Ja, okay. Ja. Wir können uns im Pro Versteck Verstecker. Das mache ich im WB. Wir versteckern uns dann immer da hinten. Oh, ich bin schon fast durch. Oh, ich habe zwei Sekunden überlebt. Äh, drei Sekunden sogar. Ich habe zwei Punkte bekommen. Wow, jetzt ist das nämlich so Dankeschön. Yeah. You gained 12 points for surviving 7 seconds. Yay. Ich habe zwei Punkte für drei Sekunden bekommen. Yeah. So. Ähm. Ich mag die Map nicht. Also, ich sieg ja übrigens ziemlich wenig. Ich bin eigentlich so 11k Hider. Ja. Und ich mag die Map nicht, weil du sie magst. Das ist der Grund. Und weil Viri sie mag. Danke. Das ist, oh Dankeschön. Ja. Ähm. Für die, die Viri nicht kennen. Also, müsst nicht kennen. Ist irgendwie ein bisschen eine Behinderte. Aber, sie spielt auch 1.2. Was? Ziemlich gut. Und irgendwie Platz 10, ne? Oder? Ja, ich glaube 10. 10 oder 9. Ja. Ja. Also, sie ist süchtig. Also, sie ist nur so No-Living. So ein Pfiff. Wenn ich so viel Zeit hätte, dann wäre ich ja schon lange Erster. Mhm. Es fehlen ja nur noch 3000 Wins, dann habe ich auch so viele wie sie. Oh man. Ich lauf mal in die andere Richtung. Ähm. Ich geh mal in das Theater. Das mag ich am liebsten. Das ist toll. Ich mag das. Yeah. So. Und ist hier hinter... Hier kann man sich nämlich super als... Oh, Beacon. Hallo. Als Beacon und als Kiste verstecken. Lol. Irgendjemand... Oh mein Gott. Die doofen Workbench hat mich fast gekillt. Äh. Okay. Ist keiner mehr. Glaub ich. Ne. Wo bist du gerade? Äh. Ich bin over. Okay. Dann bleib ich mal unten. Das ist gut. Ich bin super inne. Übrigens, wenn ihr euch... Ja, okay. Ähm. Übrigens, wenn ihr euch, ähm, grad fragt, wie... Welchen Land redet die eigentlich? Das ist Akzent. Dafür kann sie nichts. Glaub ich. Aber das... Ich kann... Ich könnte auch Hochdeutsch reden, wenn ich mich... anstrengen würde. Aber das... Ist aber langweilig. Okay. Äh. Äh. Nach Ebicien. Stirb. Boah, ich bin so gut. Ich hab übrigens auch 120 Kettokens geknackt durch die tausend. Ernsthaft, der TNTs rausgegelt. Will ich mich verarsche? Ehrlich jetzt? Oh, TNTs rausgegelt. Also, es gibt... Also Glitcher für die, die das nicht ganz verstanden haben. Das sind Leute, ähm... Man kann sich, wenn man den Block unter sich setzt, so ganz... Also so ein Stückchen Hochwagen quasi. Also wie... Block Glitchen, weil es geht zum Beispiel. Und... Ich werde grad einschaffen, mal Glitcht. Stimmt, das darf ich irgendwie lassen. Aber auf jeden Fall geht es. Und... Da oben ist so ein Hurensohn, TNT-Block, der es einfach geschafft hat. Und... Es ist ein Hurensohn. Du bist Tom-Punkt. Ich hol den doch runter. Ich hol den runter. Ich hol den runter. Geh mich jetzt einfach krass mit, okay? Okay. Okay, das seh ich jetzt noch nicht. Ähm... Oh, jetzt ist nur noch ein Beacon. Und der TNT-Block. Ja, der TNT ist hochgegelt. Hm. Ist ja irgendein Plan, wie wir gewinnen. Kann wir den irgendwie... Keine Ahnung. Keine Ahnung, das ist behindert. Weil deswegen verlieren wir jetzt. Also normalerweise wäre das ein Easy Win gewesen, aber... Na und so. Das ist natürlich jetzt blöd. Hm. Okay, ich such mal den Beacon. Keine Ahnung, darf ich in der Lobby einen Screen mit dir machen? Ne, ich bin zu arrogant. Ich antworte jetzt nicht. Äh... Ja, das ist irgendwie ein bisschen behindert, dass der jetzt glitchen musste. Das ist... Echt spielverderbarmäßig, aber... Na ja, vielleicht gehen wir wieder trotzdem. So, ich guck nochmal hier hinten, ob hier noch ein Beacon ist. Das sah mir nämlich irgendwie von so aus. Bist du einer? Bist du einer? Bist du... Okay. Hier ist keiner. Ja, der darf gerade, der darf gerade erst gut. Jetzt ist nur noch einfach... Es ist einfach nur noch dieses TNT da auch übrig. Hm. Das ist natürlich ziemlich blöd. Ähm... Das ist so behindert, dass man noch die Namen nicht sieht, sonst könnte man hier super reporten. Nein, natürlich, das TNT glitch nicht. Ach was. Das sieht nur so aus. Das ist ein Bug. Server lag. Mhm. Wie kann man... Oh, ist das runtergefallen? Wirklich? So cool. Okay. Ähm... Ja, das war... Easy Win natürlich. Ähm... Ja. Cool. Noob Glitch halt. Ähm... Ja, Leute. So, ich hoffe euch hat die... Ähm... Heiden Sieg-Runde jetzt oder die zwei Runden soweit gefallen. Und ich hoffe ihr feiert meine 1000 Wurz genauso wie ich. Und ich hoffe, dass ihr... Äh... Irgendwas in die Kommentare schreibt. Hashtag irgendwas. Fällt dir was ein? Was sollen sie schreiben? Hashtag... Äh... Hashtag... Hashtag... Äh... Äh... Heiden Sieg Barbo. Heiden Sieg Barbo. Okay. Schreibt mal Hashtag Heiden Sieg Barbo in die Kommentare, wenn ihr findet, dass ich besser bin als Melly. Und wenn ihr bis hin geguckt habt. Und ja, ich hoffe... Euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Und tschau tschau. Tschüss.